Moin Super Marillos, mein Name ist Sonic und ich heiße euch herzlich willkommen auf Rapsplay. Ich muss ein bisschen schnell machen, weil die Minions kommen. Ich spiele Quang und zwar im Jungle und wir spielen das Quang Swordmaster Deck von den lieben Final Gaming Jungs. So, ich gehe jetzt mal los und gehe mit Quang junglen, obwohl ich das letzte Mal eigentlich gesagt habe, dass man mit Quang eigentlich nicht jungelt. Aber ich werde ihn jetzt mit dem Jungle ausprobieren. Mit am Start sind diesmal drei meiner guten Buddies, einmal der Rocket Lancer und der, ne der gehört nicht dazu, der Confusion und der Bachi. Und der Hektik Sing, wie heißt der? Sing? Keine Ahnung. Sing, ja. Ding, 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 ding. Der ist auf jeden Fall unser Random. Ja und wir haben auf jeden Fall noch was, eine Überraschung am Start, ne? Ich meine, die letzten paar Folgen haben die Zuschauer mal wieder keine Züge gehört. Die Züge sind heute wieder all in, ne? Also wir haben metten in der Woche, es ist jetzt, äh, wie viel Uhr haben wir jetzt? 10 Uhr? Ah, da kommt auch schon der erste Zug. Genießt ihr, ihr tollen Züge. Ah, ist das geil. Ey, soll ich euch mal was verraten? Ich habe jetzt gerade, äh, ich stehe im Jungle und kriege keinen Schaden von den Minions. Ja. Hast du die Aegis-Skill drin? Ich habe die Aegis-Skill und habe nämlich noch Live-Leach in einem Jungle-Schlüssel drin. Ich habe nämlich den Schlüssel des Aegas dabei. Und ich kriege keinen, äh, keinen Schaden von den Minions. Wie geil ist das denn? Ähm, noch für die Zuschauer kurz. Ihr findet dieses Deck, das heißt, äh, Quang Swordmaster. Äh, und das Deck findet ihr unten in der Beschreibung, wie immer eigentlich. Und natürlich ab jetzt unter allen Videos in der Beschreibung. Und, äh, hier wird kein Cooldown-Reduction und sowas drin sein, wie man es sonst vielleicht von konventionellen oder auch von meinem anderen Quang-Deck kennt. Sondern, äh, es dreht sich hier wirklich um das reine Kämpfen mit dem Schwert. Lanzer, ich stehe mal kurz in den Deep-Wort. Mach du oben die Minions. Okay. Ich bin mal gespannt, wie der Deck aussieht. Meins? Also das Deck, was ich hier spiele? Ja, das hier, ja. Ja. Ich bin auch gespannt, ich hab's noch nicht, ich hab's noch nicht getestet. Aber ich test es ja hiermit jetzt. Es ist eh meine vierte Runde erst mit Quang, beziehungsweise die dritte PvP-Runde. Mein Quang-Deck ist echt das simpelste vom simpelsten. Auf den Leerstahl-Dolch, glaub ich, nur Standard-Items drin haben. Du Scheiße. Oh, Lanzer, sowieso ist besser, wenn du dich ein bisschen weiter rechts positionierst. Müsst du safe vom Gang. Alter, wer hackt denn da so auf der Tastatur rum, Junge? Der Lanzer. Alter. Oh, sorry. Die müssen ganz schön was aushalten, die Cherries, gell Lanzer? Ja, sorry, ich hab seit der Lahn mein McDonalds eingestellt. Er ist so voll am Ausrasten. Sollen wir uns an Iggy probieren? Ah, nee, der ist zu weit. Brauch kein Mana. Eieiei, was mit dem Murdoch, der auch nicht. Ich geh mal den Sammler aufstellen, mach dann Red Buff. So, ich muss am besten... Ich weiß nicht, was die alle haben, das... ...Wat? ...Win Quang wäre kein Jungler, so. Ich find, der hat alles, was ein Jungler braucht eigentlich. Ja, das ist eigentlich ganz cool. Kann man auch echt gut im Jungle eigentlich auch spielen, so wie ich's jetzt gerade merke. Aber man kann ihn halt auch auf der Lane spielen, deswegen hab ich gesagt. Dann kann man wenigstens einen Jungler noch mitnehmen, so. Und spielt ihn dann halt auf der Lane. Ja, halt meiner Meinung nach so ein Allrounder, sag ich mal. Ja. Wenn du den picken willst, im Jungle markierst, dann heulen die meisten schon rum, ey. Ist kein Jungler, ist kein Jungler. Wichtig. Nee, überhaupt nicht im Jungle useful wär, so würd ich nicht verstehen, aber so. Was wolltest du denn machen? Ich find dieses Slave-Rack einfach brutal, wenn das ganze Team mit dir rumläuft, ey. Das ist so übel. Ey, ich mach grad nen Red Buff und krieg keinen Schaden, Alter. Ich bin Level 3. Ja, genau, das ist es. Machst vier Camps und Red Buff und hast dann 200 von 700 Leben verloren. Ja. Ich hab gar kein Leben verloren. Lanza, kannst du deine erste Karte ausbauen? Ja, du hast den Schlüssel ja noch. Lanza? Ja, ja, das kannst du dir ausbauen. Dann geh back. Bau aus. Wenn du wieder bist, dann holen wir uns den mal hier. Ich hab den Schlüssel, ja, kannst ja gucken. Ja, egal. Der geht auch back. Ne, der geht doch noch nicht back. Aber spielt schön safe, ja? Ich will mal diesmal mit nem Premade-Team mal gewinnen. Das machen wir echt selten. Alter. Ne, ist echt so. Wenn wir meistens Premade spielen, verlieren wir meistens. Wir spielen ja kein Murdoch, also. Roger Reed, ja. Ich spiel immer safe, ich spiel manchmal viel zu safe. Ja, das stimmt auch allerdings. Und ich bin das Gegenteil von dir. Ich bin manchmal zu greedy. Das stimmt auch. Vielleicht sollten wir uns gegenseitig ein bisschen so austauschen. Ähm. Okay. Ein paar Körperseffene. Auf geht's. Oh, hier war ein Iggy, der sich weg-teleportiert hat. Tschüss. Oh, geil. Im Jump ein Level bekommen. So muss es sein. Ich hab meine EXP geklaut. Du hast wahrscheinlich schon grad einen Last-Hit gemacht. Ja, mein ich ja. Panzer, ich mach das mit den Wards. So, drei Punkte brauch ich noch. Soll ich jetzt den Blue-Buff noch machen? Ne, komm, ich mach erst den anderen da. Wer ist denn da links? Ne Muri. Ja, hab ich grad auch gut rasiert, ey. Mit Muri? Muri ist eh Beste. Die will ich auf jeden Fall auch mal lernen, ey. gegen Bruxy in One-on-One getötet. Ach, du Scheiße. So. Jetzt mach ich noch einen Blue-Buff hier. So, komm, hol dir mal den Red-Buff. Panzer. Boah. Das war aber knapp jetzt, ey. Hab ich gesehen. Hast du gesehen, arme Neue. Alter, doch nicht da lang. Ja. Boah. Echt Lebensmüde, der Kerl hier. Ich bin die Blase rein. Boah, ich brauche hier Stunden, um hier die Camps zu machen, Alter. Was? Will du dir die EP? Weiß ich nicht. Das ist echt, äh... Erzend. So, was geht denn da bei dem links ab? So, jetzt gehen wir wieder auf die Lane. Hier oben lang, oben lang. Die haben alles zugewordet da, ey. Weil der holt jetzt den Tower gleich. Und wir müssen das sofort verhindern. Ich geh gleich erstmal zurück und dann fang ich die Gangs an, okay? Falls ich's dann geht. Oh, fuck. Damarock hat mich. Ja, da kann ich dir nicht helfen, leider. Aber ich geh dann auf die Lane, wenn du... Nein! Wie hat der das denn gemacht? Was denn? Okay, pass auf. Hab die Ulti unter die gesetzt. Wir holen uns den jetzt. Wir müssen mich trotzdem am Tower ficken. Okay. Eigentlich hätte er zurückgezogen werden müssen. Ja, ich geh so dann... Dann komm wieder auf die Lane. Sobald du kannst. Hab leider kein Mana für den Cage. Aber wir holen uns den so. Aber Muri, weg, weg, weg. Sofort weg. Ich brauch jetzt schlecht geschaltet, ey. Ich hab kein Mana mehr für den Cage, sorry. Ich spiel'n hier kein Auto rein. Okay, port ich back. Du spielst bestimmt auch Paragon mit dem Lenkrad, oder? Ja, klar, Mann. Panzer, geh back. Muri kommt. Gut, ey. Ne, port. Genau. Ich hab in der Ewigkeit kein Fable gespielt. Fable? Ey. Achso, Fae. Fable auch nicht. Nein, aber das hab ich früher auch gesucht. Fable, ey? Mach mich nicht, wieso? Wieso? Was ist denn hier unser Jungler? Ich bin der Jungler. Mit D? Der Jungler. Er hat meine Lane gehalten. Ich musste die Lane hier halten, ja. Ich muss jetzt auch links auf die Lane kurz aushelfen. Obwohl die... Weiß ich nicht. Vielleicht mach ich dann Tower Dive oder so. Never? Ne, doch nicht, okay. Ich dachte, der will nach rechts kommen. Ja, ja. Scheiße. Mach mich nervös. Ich mach es. Ich mach es. Scheiße. Ich mach es doch nicht. So, jetzt geh ich mal weg. Also, play safe. Better play safe. Immer so, dass du die beiden Wege da in der Sicht, im Sichtfeld hast, dann sagst du. So. Dann geh ich mal zurück und dann shoppen wir mal was. Also, nochmal für die, die gerade erst high geschaltet haben. Wir zocken das, ähm, Swordmaster Deck diesmal. Und ihr findet alles unten in der Beschreibung. Ich kauf mir jetzt erstmal eine himmlische Maske. Und dann kauf ich mir den Donnerspalter. Wo ist er denn, der Donnerspalter? Beautiful. Auf dir den Donnerspalter. Donnerspalter. Oh ja. Oman Turkman 2000. Donnerspalter. Donnerspalter. So. Ich hab vergessen, hier den Sammler noch aufzustellen. Mach ich natürlich jetzt. Wenn ich einen Donner sehe, dann schlägt er mir das Wasser und die Maus zusammen. Aber das geht eigentlich anders, ne? Mit irgendwie so einem Rumstick oder so. So. I am wieder da. Ich mach jetzt mal die Mini hier weg. Da. Ach, Mann ey. So. Jetzt bin ich mal gespannt hier. Das erste Mal, dass ich diese Spalten-Attacke-Karte dabei hab. So. Pass auf, ich versuch mal das Wort wegzumachen hier. Spielst du Scrabble oder was? Eigentlich, alter. Scrabble, ja. Das ist schon mal ne gute Inspiration fürs Deck, ne? Der Donnerspalter. Ja, vor allem, weil du kriegst ja auch 30... Du kommst mit der Ulti angeflogen. Du drückst auf den Knopf und hast direkt nochmal Flächenschaden in Höhe deines Auto-Tags. Ja, ja. Zur Ulti dazu. Fekt. So, steht da links ein Sammler? Wenn nein, dann geh ich mal da hin. Natürlich steht hier einer. Weg, lauf weg, lauf weg. Ja, nicht wenn ich weg bin, irgendwas machen da. Ficken dich. Die sind doch beide fast tot. Guck doch mal hin. Oh, guck doch mal hin jetzt. Echt mal, guck mal hin. Ja, da ist Emil, die ultet und dann... Ja. Hast du nicht hingeguckt? Haben die eigentlich einen Jungler? Wer ist denn bei denen im Jungle? Zephyroth, gell? Sieht noch Zephyroth aus, aber den hab ich bis jetzt noch nicht einmal gesehen. Doch, der hat einen Spurzum schon gekillt. Ja. Ja. Fastblatt in der Mitte gemacht. Ultimate bereit. Oh, der hätte zurückgezogen werden müssen. Ja, ich dachte, der macht die Ulti, Alter. Ich verstehe es nicht. Der sagt Ultimate bereit, aber man macht die Ulti nicht. Red Buff. Hast du Red Buff? Oh, da kommt Severok, Severok. Aber jetzt wieder ab. Oh, shit. Yo, mach der einen Schaden, Alter. Oh, war das, was er gebaut hat? Alter, warum macht denn der so viel Damage? Okay, der ist voll auf Damage gegangen, Ganverdog. Alter, der Severok. Alter, Schwede. Ah? Was für krassen Damage, der gibt mir ein paar Hits und ich falle fast um. Hab ich mich gestern auch bewundert, als ich den nochmal gespielt hab, ne? Hab ich gar nicht mehr gewöhnt. Will Schaden machst du mit dem Auto-Attack, Lanza? Ah, ich glaube erst 100 ungefähr. Naja, das reicht. Achtung, Muri von hinten. Was hat denn der gebaut, Alter? Bleib du oben, bleib du oben. Ja, Muri, versuch den Kampf zu gehen mit mir. Ja, geh weg, geh an den Tower. Ich mach nämlich den Ward hier weg. Weil die Ward hat nämlich hier, wie blöd. Macht ja gar keinen Schaden, der Typ, ey. Wer? Ah, der Murdoch, der macht hier wieder einen auf. Ich drück X auf der Playstation. Muss ich mich mal hier im Jungle mal ein bisschen hochheilen. Könnte, äh, der liebe Herr Jungler gleich nochmal lenken und es halten müssen. Ja. Ich mach hier gerade das Camp fertig. Weil gegen Iggy... Ja, warte, der, der Dings geht auch zurück gerade. Oh. Oh. Weißt du, der pingt einfach verteidigen und dann ist er weg. Lanza, pass auf. Ich lauf direkt dahin. Feverrock kommt hier zu mir hin. Achtung, der ultet jetzt jeden Moment. Der wartet nämlich jetzt drauf, dass ich backgehe. Deswegen werde ich back laufen. Ja, stell dich in den Brunnen und gut ist. Ich dachte mir, wenn der ansetzt zum Schuss, ja. Also du bist jetzt alleine da, ne? Ja, ja. Der hört's an. Alter, das war ja 5 Meter daneben, ey. War der mit seinem Kackschwert hier immer. Der mit seinen Kackflammenwerfern hier. Ja, soll ich jetzt hier alleine die Lane halten oder was? Wenn grad nicht anders geht. Ja, der hauelt, so hat keine Lust. Geht lieber in die Mitte und dreht wieder um. Ah, ne, doch nicht. Ich glaub, der hat zuerst noch verlaufen im Lanza, der kommt von hinten im Reel. Go, go, gotcha, du. Nee, die macht noch mal den Ward weg. Der hat, glaub ich, noch nicht kapiert, damit nix bringt, den Gegner in den Tower zu schmeißen, wenn da Minions sind. Ja. In den Tower. Und er ist jetzt wieder da. Geh ganz weit weg. Ja, der hält für mich. Jetzt borde dich weg. Oder hast du einen Haltrang dabei? Alter, hier muss mal einer links hinkommen. Ich hab auch hier keine Wards und nix. Denk mal, der hauelt. Kommt, der, wenn ich. Der Lane bin. Und dann... Weil der Severog is missed, weißt du? Ich hab keinen Bock, dass der gleich hier hinkommt. Dann geh an den Tower. Ja, aber was soll ich dann da rumstehen? Dann kann ich direkt von der Lane weg. Der Hoey kommt. Ja, okay. Weil der Severog ist halt immer noch weg. Im Endeffekt war es jetzt das gleiche, als wenn du die Mitte gehalten hättest. Ja, na ja. Weil du in der Mitte noch anfälliger gewesen wärst für Gangs. Ah, mit meiner Ulti kann ich ja noch escape momentan. So, ich hab gleich zwölf Punkte wieder. Dann kann ich mal wieder back. Oh, ich hab wieder das Wasserglug angehört. Wie läuft's bei euch? Oh, ganz chillig. Naja, eigentlich sind wir gar nicht chillig. Die machen schon ganz schön Druck. Die macht die ganze Zeit unsere Wards kaputt. Und der gegnerische Murdoch, der spielt sehr aggressiv. Okay. Portet Iggy back, dann kommt Push und der... Ne, der ist immer noch da. Achso, ich dachte, es sah ganz aus. Deswegen müsst ihr gleich irgendwie bei euch auf der Seite erstmal die Gunst der Stunde nutzen. Weil wir werden hier so schnell keinen Tower kaputt kriegen. Alter, dem mach ich ja gar keinen. Lanza, komm, wir holen uns die Muri. Ja, Iggy. Achso, da oben war was im Pool. Oh, oh, wir sind in den Tower gefügelt. Okay, das war zu spät. Ich muss weg. Nein, jetzt hat's sogar meine... Oh, die Ulti hat so lange gebraucht. Gut gemacht, Alter. Gut, dass die mir so hinterhergelaufen ist, ey. Und ich noch jeden Schuss ausgewichen bin. Aber ich muss jetzt unbedingt weg. Sonst kommt die Murdoch-Ulti. Nein. Biss dich. Hopperlord. Geben. Bist du alleine, gell? Ich bin Speck-Lancer. Ja, ja. Mach die eh, oder so. Ich hab keine Cooldowns. Oh, jetzt ist er weg. Dann push, wo ist ein Iggy hin? Bin ich gerade am Checken. Alter, der Savorok ist so übel, ey. Oh, kann jemand einen Sammler oder irgendwas? Ja, ich guck mal, Kader. Das wär mal ganz geil, weil dann kann ich noch... Was könnte ich denn dann noch shoppen? So. Ja, Sammler ist hier so ungefähr halbvoll. Ich mach den leer und dann muss ich aber wieder zum Lanza am Tower. Ja, mach mal, bitte. Könnt ihr mir danach äh, erst mal... Mehr gibt's nicht. Jo, ich nehm mal die Fackel des Dingsbums noch mit. Hat schon gereicht, danke. Jawohl. Fackel des Ursprungs. Lanza in 15 Sekunden Red Buff. Ah, du hast noch, okay. Okay. Mal gehalten werden, ich muss weg. Ich komm, ich komm. Kannst dich schon backboarden, ich bin jetzt am ersten Tower. Ja, ich hab noch grad hier den Tower und so weggemacht. Also den Flammenwerfer. Dankeschön. Bitteschön. Ich bin die ganze Zeit bei drei Punkten schon back. Ekel. Ich hole dir mal, ähm, den, die, den Red Buff wieder. Deine ist genug gepusht. Dachte grad, äh. Ich hab grad deine... Also Bachis Karten-EP mit Glass-Hits verwechselt. Was? Okay, kannst... 140. Ja, ich kann... Jungen, jungen, ey, dieser Iggy, der nervt. So, jetzt müssen wir ganz schnell an den Tower. Oh mein Tower. Oh, fuck. Dein Beruf. Links sind die auch am pushen, wie blöd. Ich lass den mal hier... Oh, hier steht ein Wort, aber ich mach den mal kurz kaputt. Kriegst du ihn? Schön, 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 schön. Die ganzen Minions. Die Minions kommen alle runter zu dir. Ich kann jetzt nix machen. Ist doch egal. Ich hab nur einen Punkt, ich muss immer weg. Ja, gute Idee. Null Schaden, der Junge. Was interessiert denn alles gar nicht, was ich hier mache? Kann ich ja verstehen, so mit den Items sind die Frage ist, wieso macht der Dritte den Schaf? Ja, ja, ich hab schon gesehen. Hab schon gesehen, dass der hier auch von der Mitte auf dem Weg hier rüber war. Muss nur jetzt mal hier am Tower bleiben, bis du wieder da bist, weil der Tower hat nicht mehr viel Leben. Und ich kann gegen Savorok nicht viel ausmachen, der wird den Tower sehr wahrscheinlich, äh, deswegen Bealtigung kaufen, sonst wird der den Tower einfach hier kaputt halten. Oh, warum macht der nix? Wo ist denn der hin? Alter, der ist ja schon weggelaufen wieder. What the fuck? Was zur Hölle, Alter? Ja, was soll ich denn jetzt machen hier? Vorsicht, linker Pfad, Vorsicht, linker Pfad, ja. Ultimate bereit, Ultimate bereit. Auch leider nicht helfen kommen, sonst ist der Tower da weg bei Iggy. Hat der gedacht. Jetzt ultet der den, ey. Ja, was soll ich machen, Alter? Achtung, der Savorok ist immer noch irgendwo da unten. Pass auf, bleib hier oben, ich stell mal grad nen Deep Ward. Boah, ich komm hier nicht hin, ey. Deep Ward stellst du? Ja. Ey, wir kriegen ja keinen kaputt. Boah, fuck Savorok. Weg hier, weg hier, weg hier. Oh fuck, Savorok. Der kommt nach links. Nach links? Oh, der kommt zu mir in den Jungle. So Lanza, der Murdock ist jetzt noch auf Attack Speed gegangen, aber der baut alles mit Damage aus, also wie willst du aufpassen? Ja, der hat nen Aim wie, weiß ich nicht, so ne Holzerklasse. Ja, das hier ist Bronx the Place, Junge. Mann, warum geht der, warum geht der, dingst dich zurück? Bronx the 5, meine Heimat. Ah, ja. Ich hab, ich hab was gekillt. Oh, hilf ihm, hilf ihm, hilf ihm. Ah, Savorok ist drüben, okay, komm. Komm, der hat keinen Mana mehr. Wo ist er hin? Da da hinten. Voll, geil, wieder voll in meine Aoi reingeschlagen. Weg, 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 Minion. Alter, Muri ist da. Okay, er ist down, er ist down. Ich muss back, ich muss back. Uiuiuiuiui, ich geh mir nen Blue-Buff holen und so ne Scheiße. Solange die Muriel da drüben ist, hat die Muriel geultet? Die hat eben mal geultet, aber keine Ahnung, wo sie jetzt ist. Ich hab echt Glück gehabt, dass der Iggy gerade weg war und ich mich selber verkommen wollte. So, ich heil mich ja im Dangle wieder vorne. Wie hat der denn schon wieder gepusht in der Zeit? Ekelhaft, der war doch gerade zwei Sekunden auf der Lane. Du hast halt Iggy. Achtung, Iggy. Ehrlicher Bastard, ja. Pass auf, warte, warte. Lauf jetzt mitte drunter in den Teich. In den Teich, nicht da lang. Was machst du denn? Oh, leil. Das hat sich was lang. Ja, ich hab's gemerkt. Dachte ich mal ein bisschen mehr Schaden an dem. Nee, Iggy ist eine harte Nuss, ey. Der ist bald ein richtiger Tank. Der ist einfach von oben in das Shadow-Pet jumpen sollen und weglaufen sollen. Du warst ja schon im Travel-Modus. Ja, ich dachte, wir ballern den weg. Das heißt, dein Ernst, doch kein Iggy. Den Iggy kriegst du nicht weggeballert. Den Iggy kriegst du nicht weggeballert. Der ist Full-Tank bis jetzt gegangen. Deswegen machen, was ich sage. Machen, was ich sage. Ja. Und nicht irgendwas dachten. Kennst ja noch den Spruch, gell, Spurtsch? Nicht dachten, wussten. Hey, was ist mit Mitte, Alter? Warum sagst du nichts? Mitte ist jetzt weg. Der rechts ist jetzt weg. Ja, rechts ist weg, aber Mitte auch. Nee. Ja, klar. Ich hab schon extra gewartet, dass der weg war. So, bis er wieder ab. Dann geh ich mal gerade back. Oh, nee, ich mach noch den Sammler leer. Oh, pass auf. Und du kannst jetzt, wenn du möchtest, in 18 Sekunden wieder den Red Buff machen. Alter, Schwede. Du hättest den Tower laufen sollen, ne? Ich bin doch, ich bin doch da, ich bin doch da. Jaja, ich hab's gesehen. Es wäre so gehört, ne? Äh, du, einer muss immer Mitte mit verteidigen. Ich bin fast down. Ich muss dir das eine Camp machen, dann muss ich erstmal back. Nein, ich... Oh, doch, ich hab das Richtige gekauft. Und zwar auf Rückgänge. Äh, ja, ich komm Mitte. Ich hoffe, ich hab gerade eben dran gedacht, Penetration 1. Bis dann, so. Ja. Hast du einen Ward dabei? Nein. Dann mach jetzt, äh, den, mach einen Red Buff einfach. Ist ja weit genug gepusht. So, ich bin wieder auf dem Weg. Iggy ist back anscheinend. Und dann komm ich, wenn ich wieder zu dir rüberkomme, dann können wir uns den Tower mal holen. Je nach Lage dann. Aber da ist schon Murdock. Nicht dachten, wussten. Bester Sporabend. Ja, der sagt auch in Matrix, nicht denken, wissen. Weil der Spurzen früher immer gesagt hat, ja, ich dachte, ich dachte, ich dachte, hab ich irgendwann gesagt, ne dachten, wussten. Sag mal, man, irgendeine Lahn ist halt entstanden. Oh, jetzt ist irgendwo ein Wort. Immer mitten in die Fresse rein. So, einer ist Misshoff der Karte. Severock. Ja. Murdock ist jetzt auch SS. Ja. Sturmtrupp. Ne, Schutzstaffel. Schutzstaffel. Ja. Severock ist Mitte. Gott sei Dank hab ich dann Ward gestellt. Oder Murdock ist in der Mitte. So, jetzt bin ich wieder bei dich. Aber jetzt ist Muri weg. Warum kommen die immer alle vorbei, wenn ich kein Mana habe? Oh, Severock drunter hinten. So, ich geh mal eben in Wardstown, du kiehlst. Der Tower fällt. Nein, ich bin down. Fuck. Tower fällt. Tot. Scheiße, verdammt. Der Severock, Junge. Jetzt wollen wir uns den Tower hier lanza kommen. Ja, mach den Tower, mach den Tower. Einfach auf den Tower, einfach auf den Tower drauf. Auch beide in der Mitte, also. Lauf, drauf, drauf. Genau. Junge, Junge, Junge. Minions, Minions. Oder lauf du, lauf du weg. Lauf du weg. Die kommen beide nach rechts. Ne, doch nicht, nur EG. Ja, jetzt kommt Murloc auch. Alter, einfach weglaufen. Genau. Ah, der linke Tower wird jetzt auch fallen. Da ist er nämlich schon. Dann haben wir die ersten drei down. Ekelhaft. Ja, kannst du schnell nach links noch? Du hast ja full life, jetzt recadest du irgendwo hin. Ich kann bestimmt darüber fliegen, aber ich habe keinen Mana. Ach so, ja, dann geh back. Dann geh lieber back, sonst bringt ja gar nichts. Ohne Mana. Ja, Auto-Attacks. Ja, aber... Ich bin Sammler leer. Mit Auto-Attack-Spray ist jetzt auch nicht so viel. Ich bin Auto-Attack-Champion. Komm, dann versuch noch schnell dahin zu kommen. Naja, der Tower ist weg. Das schafft er nicht. Der Tower wird weg sein. Vor allem mit Severok noch. No chance, ey. Der Tower denkt jetzt auch, I need a hero. Ja. Ich bin dabei. Ja, der Tower ist weg. Ja, von den Kills und so passt es ja. Also 5-5 haben wir. Aber die pushen irgendwie krasser irgendwie. Weiß ich nicht. Ich komme zu dir kurz, Buffy. Wenn, dann gehe ich auf den Murdoch. Kannst du die cage'n oder so? Klar. Aber ich bin gleich down. Ja, dann cage die und dann ist gut. Ja, wann bist du denn mal da? Ich bin jetzt da. Cage mal Murdoch. Alles klar. Fuck, musst du den leer machen? Fuck, Alter! Ich will nicht. Nein, ich muss weg. Ich kann euch nicht mehr helfen. Aber das müsst ihr jetzt klären, dann. Ja. Ja, hast du? Ja, ab da hinterher. Die haben von mir noch neben mir. Die brauchen rechts auch Hilfe. Ja, ich bin auf dem Weg. Ich bin da gerade. Alter! Ja, dann muss ich den bitte deafen. Ich komme dir nicht hinterher, Junge. Alter, hast du diesen Traumstun gesehen? Loll! Schön. Immerhin haben wir einige killt. Aber jetzt muss ich aber weg. Was mit Mitte? Gerade am dürfen. Mitte ist, ist, hier. Macht hier die rechte Seite. Ihr seid zu dritt jetzt. Warte, ich hole mir Blackbuff und probiere mal Mitte was zu weisen. Rechts bis zum oberen Tower kommen wir jetzt nicht. Ja, okay, stimmt. Dann probiere ich mal nach links. Ja, links, ja. Aber ein bisschen ein paar Waves mal rechts machen. Auf jeden Fall. Ja. 1, 2 Waves. Ja, ein Howitzer Setter. Einfach einen Slowpush und ziehen Sie dann. Wo? Auf welcher Seite? Äh, Sabarock, Sabarock. Da ist Sabarock hinter euch. Komm auch in die Mitte. Ja, da komme ich jetzt nicht durch. Lord Frotte, Alter. Dann zieht euch zurück, dann geh ich nach links. Ah, der Hobbitz, da kommt zu euch. Wir müssen jetzt einfach immer schon alle 3 Lanes pushen, dann schaffen wir das schon irgendwie. Er will versammeln. Er will ein Teamfight. Loll, der hat seine Ulti gegen die Minions gehauen. Ah, er hat mich erwischt. Hobbitz, der Ulti! Er macht's nicht, er macht's nicht, er macht's nicht. Alter, ich muss weg, ich muss weg, ich muss weg. Alle, alle Rückzug, alle Rückzug. Keiner gestorben, ne? Loll! Nein! Alter, woher wusste der, dass ich hier bin? Ich hab grad gedacht, hab ich jetzt ausgesehen abgebrochen, aber... Scheiße. Verdammte Axt, ey. Soll ich Leben oder, oder Schutz? Ich hab keine Ahnung. Physisch, was? Wer macht denn physisch von denen? Eigentlich nicht viel, dann nehm ich mal Leben mit. Eigentlich nur der... Ja, ja, der Quang auch. Ich glaub der Tower, ich glaub die Minions machen den Tower jetzt links. Ja, ja, haben die gemacht. Nice. Du sollst einfach immer schön pushen, das reicht, ey. Jetzt sind die zu zweit links, okay. Einfach die Mitte bisschen machen. Ja, ich muss shoppen. Die Mitte hat nicht mehr viel Leben. Komm, wir hören mal schnell dem Tim zu. Ja, die werden jetzt wahrscheinlich alle in die Mitte kommen. Deswegen lass uns schon mal abhauen. Ja, rechts ist keiner mehr. Hier, rechts Lanza. Lass uns abhauen. Rechts, hier, runter. Oder nach oben. Rechts, hier, runter, hoch, links. Bitch. Ja, meistens kommen die dann hier raus. Äh, Bach ist grad Cheats am eingeben. Ja, von der Tat, sind die wieder Cheaten hier? Ist ja der Tim, ist ja der Tim da im Hintergrund, der alte Nafti. Der Looperland, Junge. Lass uns mal gerade Blue machen, bitte für mich. Da aufpassen, Sonic, wenn du mit dem Borderland spielst. Warum? Alles aufgeben. Der looted dich weg, ey. Der looted dir alles weg. Der Tim, der hat die Truhe schon auf, bevor du sie überhaupt sehen kannst, ey. Der hat den Loot weg, Junge. Komm, mach den Iggy, mach den Iggy. Stun den oder was weiß ich, komm dazu. Ja, den kriegst du. Ja, der Iggy ist down. Ja, Iggy ist down, aber der Tower auch, oder? Der Tower auch. Nein, der Tower hat überlebt. Ja, geil, toll. Da kann einer springen, einer reinlaufen. Lanza, komm bitte, Lanza, komm bitte, bitte. Ich komm auch mit, bitte. Bitte, 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 bitte. Soll ich engagen? Wo bist du? Ich bin hier, ey. Ich bin hier noch dran. Die hauen ab. Wir haben ein Board hier stehen. Okay, dann pushe ich weiter rechts, wenn ihr da... Kommt. Gut, komm, ich hab die Ultimate auch bereit. Was bist denn du nochmal? Achso. Ja, die sind aber am Tower hier. Dann pushe einfach mal rechts ein bisschen. Aber Severok ist Mist dabei. Ihr müsst aufpassen. Und nicht so nah beieinander, sonst kriegen wir alle die Ulti vom Quang ab. Ja. Kann ich weh tun, ja. LOL. Alter, was war das denn für eine geile Aktion. Oh, hier kommt Mori Ulti. Auf, 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 auf. Schön. Alter, Saburo kommt dazu. Auch auf Weg. Alter, nice. Nice. Ich bin noch rausgekommen. Faro. Okay, ich hole die weg. Lauf weg, lauf weg, lauf. Oha. Wollte Body blocken. Komm schon, komm schon, den holen wir. Done ready? Jo. Schön. Jetzt, Mitte holen, Mitte. Jetzt, ja komm, OP. OP, ja komm. OP, dann OP. Dann auf, 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 auf. Ich hab nicht mehr so viel Leben, Alter. Da ist nur eine. Da ist nur ein Rechtsklick in die Mitte. Ja, dann geh weg, dann geh weg. Ja, warte. Ja, warte. Ich bin schon alleine. Okay. Der Iggy ist schon wieder da. Na egal, lass den. Okay, ich bin gleich down. Tauer ab. Ja. Ja. Porte back. Porte back. Genau. So. So, sehr schön. Dann hab ich mein nächstes Tank-Item auch fertig. Jetzt hab ich auch ein bisschen mehr Schutz gegen den Severok. So, jetzt hab ich auch Ablinkzeit voll. Oh, linker Tower. Da kommt einer zu dir, glaub ich. Da sind alle back. Ne, wir machen jetzt alle Mitte, komm. Ja. Ah, der linke Tower ist jetzt auch weg. Schnell, Leute. Ihr steht nur in der Base. Deswegen immer mein Tipp, wenn ihr euch am Backporten seid, drückt dann schon G und shoppt. Genau. Ihr könnt zwar noch nicht kaufen, aber ihr könnt ja schon mal gucken, was ihr dann kauft. Aber auch nicht immer gut, ne. Wenn dann irgendein Gegner kommt, dann. Ja, aber dann drückst du's halt wieder schnell weg. Na, hier ist scheiße, Alter. Hab ich zum Beispiel gestern meinen zweiten Command-Kill gemacht, ne. Der Eggie war irgendwie schon im Shop und stand unterm Tower und ich hab dem einfach das Schwert ins Gesicht gejagt, ne. Alter, links ist doch durchgepusht, oder? Wir müssen, wir, einer muss rechts, soll ich rechts gehen? Ne, links, links ist doch durchgepusht. Da können wir den Inland pullen. Ja, aber rechts muss gedefft werden. Achso, ja, da ist doch schon der Hoey. Alter. Farrow, ich mach Bodyblock. Komm die alle in die Mitte, ey. Komm, lass den langsam. Äh, also einer müsste jetzt mal links gehen. Einer müsste mal links gehen. Jetzt müssen wir aufpassen. Achtung, IG von hinten. Ich save die Ult. Wow, 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 wow. Ist gestunnt, ist gestunnt. Hau ab, hau ab, hau ab, Lanza. Du bist set. Ich blocke. Alter, der fucking Murdoch hier. Komm drauf, drauf, drauf. Nein, ey. Alter, wie die platzen. Ey, der Murdoch, ich brauch Hilfe. Scheiße. Scheiße. Tut mir leid, das geht. Ja, ja, ist okay. Dann geht direkt in den mittleren Tower. Jetzt ab auf die Mitte. Keiner geht back, alle kommen weg. Ach krass, war ich das? Alle Mitte, jetzt komm. Komm weiter, weiter, weiter. Der Cage war richtig gut. Der Cage von mir, oder was? Alles schön in meiner rechten Maustaste gefangen, Alter. Ja, ich hab den Cage eigentlich gemacht, weil ich hier unseren Sonic beschützen wollte. Dass der irgendwie abbauen kann. Ja, ja, weil der Severo ist auch nicht drauf. Aber das war echt nice, gell. Die sind alle geplatzt. Ja, ja. War schon geil. Boah, boah, boah. Ich bin ja froh, dass ich Right-Click zuerst ausgespielt habe. Alter, das können wir finishen, gell. Guck mal, die sind erst in 50 Sekunden wieder ab. Ja, komm, dann weiter, weiter. Ihr habt noch Orb. Wie lange habt ihr noch? Alter, noch 21 Sekunden. Dreck auf den OP. Äh, auf den, auf den Dings. Ja, die Minions sterben nicht mal alleine. Dann finish, finish. Alter, komm durch, 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 durch. Quantum. Ja, ich geh mir einen Kaffee holen. Komm jetzt drauf, sieben Sekunden noch OP. Komm. 80, 60, komm, drauf. Alter, macht das viel Schaden. 30. Egal, wenn ihr sterbt, scheißegal. 20. 19, 17, 14. 11, 8. Jawoll, Alter. Nice. Nice. Sehr fresh. It's tan nice. Und ich konnte noch nicht mal mehr das Deck ausbauen. Oh Mann, ey. Ja, muss nur noch mal spielen, gell. Oh, ja, nächstes Mal. Probier's noch mal. Da ist er am Winken. Aber ich war diesmal nicht so gut, glaub ich. Ja, ich find, äh, Quang ist auch schwierig. Aber guck mal, ich hab 11 Assists halt, gell. Es hätten auch Kills sein können, dann hätte ich jetzt 13, 4. Ja. Ja, ja, das Problem hab ich ja als ADC auch. Ja, ja. Obwohl, guck mal, ich hab sogar einen Assists Nails 2. Aber er bin viermal gestorben, war... Alter, ich hab wenigstens nicht gefeedet, so wie ihr, ey. Ja, 3, 1. War Spaß. Ja, komm, ist okay. Er hat alle gut gespielt, ey. Er war super runde, hat Bock gemacht, auf jeden Fall. Gut, Pamarillos. Also, ihr wisst Bescheid. Unten in der Videobeschreibung findet ihr den Guides zu diesem Deck. Das nennt sich Swordmaster. Und da kommt ihr auf den Kanal von Final Gaming und könnt euch das Ganze dann reinziehen. Ähm, ich hab jetzt noch 10.000 Punkte, die werd ich jetzt mal ausgeben noch. So, gehen wir mal Shop, Kartenpackungen. Kartenpackungen, mal gucken, was kriegen wir da noch. Wir schauen mal rein. Oh, ich hab auch einen bekommen. So, alle aufdecken. Und was haben wir? Nur Scheiße. Einschlaghammer, Durstreißer, Zeitstrudel, Alphaschutz und das Jägergetränk. Gut. Manu. Immer noch kein Rostbrecher. Danke fürs Mitspielen und lasst nen Daumen nach oben da. Stay Pam. Tschüss. Anzug. Bitte markiere meine Feinde, denn danach kannst du schnell das Abonnieren-Fenster einblenden. Klick da drauf, dann habt ihr mich auf dem Radar. Denn das ist im Battle wichtig, damit ihr nix verpasst. Also tritt mir in den Arsch, damit ich Feinden in den Arsch. Trete, schick den Kommentar. Denn das heilt und es spart Leben. Für mehr Energie müsst ihr nur Daumen hoch. Drücken, denn mein Highscore kann sich nicht einfach so füllen. Ach du Scheiße, ich habe Verbindungsbrot.